So, Pause vorbei, Benni ist wieder da. Was geht ab, was geht ab, was geht ab? Was habe ich verpasst? Habe ich überhaupt was verpasst? So fast. Guten Tag. Wir sind schon verrückt, was die mittlerweile verlangen. Ja, aber bei uns ist es noch mal was anderes. Hauptstraße, stadtnah und die ist komplett halt saniert und renoviert. Bei der Aufstraße, stadtnah, wo wir nebenan, dass immer Nachbarn oder was? Was macht ihr? Fortnite, oder? Nee, wir sind exakt Mario Kart rüber geswitcht. Ja. Mario Kart 20 Uhr. Ich rede ja nur. Ich bin in Rocket League. Also ich kann auch Rocket League rüberkommen, ich kann auch in Fortnite bleiben, mir ist das egal. Bei Rocket League bin ich raus, weil das habe ich ja nicht. Aber macht ruhig, dann komme ich eine Hand mit uns zu. Weil, wie gesagt, 20 Uhr habe ich Mario Kart angekündigt. Nee, ist das Schnuppel. Nee, dann macht es Rocket League und ich gucke einfach zu. Alles gut. Kann die Biene noch ein bisschen entspannen, ne? Ja, ich bin tief und entspannt immer. Ja, du hast eine kurze Nacht, also. Entspann dich noch ein bisschen. 20 Uhr geht es da mit Mario Kart los. Ja, ich habe jetzt wenigstens schon mal alles vorbereitet. Ja, cool. Ja, dann komme ich in Rocket League rein. Ja, dann bis gleich. Ja, okay, toll. Ich glaube nicht, dass du in der Nähe von Rechlinghausen kommst. Nee, ich bin mehr Stuttgart. Ja, siehste, wir kommen aus NRW. Ja, ich bin ein Schwab-Ländle. Ja, ja, ich bin ein Schwab. Das ist eine gute Spätze. Woher genau? Heilbronn. Heilbronn? Okay, sehr gut. Ich bin aufgewachsen. Ich bin aufgehauen. Ich bin gerade hübsch, aber sie ist, was sie ist. Also, ich verstehe Schwäbisch, ich kann es ruhig reden. Ja, ich kann es kaum schätzen. Das ist wirklich ein Problem, ich kann das halt kaum. Ich wollte gerade schon sagen. Ja, es kommt ja immer drauf an, wie man auch damit aufgewachsen ist oder so. Ich lebe zwar in München, komme aber ursprünglich aus der Ecke von Freiburg und habe aber auch lange im Schwab-Ländle gewohnt. Deswegen. Ach, ich finde es halt auch so geil, wenn man wirklich Leute aus Stuttgart vorbeikommen und dann richtig reinschwäbeln. Und ich verstehe alles. Und dann sind auch noch andere Leute neben mir und denkst du, was labert der eigentlich? So, dann starte mal. Damit ich dich einladen kann. Komm, 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 komm. Warte, ich hab erst, ich wollte gerade sagen, ich wollte erst sagen, so mehr Stuttgart. Komm, wer geht gerade so lang ein bisschen in, mal in den Lied. Oh mein Gott. Ich hab noch für den Handlingplatt dran, äh, preserviert, ne? Ich muss noch kurz ein Tutorial machen, ja. Weil ich, äh, spät's auf Xbox, das ist immer einiges an. Ja, klar, alles gut. Wiener ist ja, macht der Pause. Wir können noch zwei gegen Freitern spielen. Aber auch hier wieder Pause. Ich komm dann nachher wieder. Ich mach ein Stream auf Lade. Ja? Wo, Kevin? Ja. Ja, ich sag, dass ich bin auch bei meinem Vater groß geworden. Und der ist halt, äh, Ruhrpott. Ja gut, Ruhrpott ist halt nochmal, ne? Äh, das ist halt, äh, ein bisschen schwierig, wenn meine Mutter, meine Mutterseite, alle Schwab, bis du geht nicht mehr. Äh, äh, aber, ja, ist halt, äh, ach man, hä, ich könnte doch und allein schwierig, ich muss das Tricks Tutorial machen. Musst du nicht, nein. Was ich nicht, was? Du kannst es überspringen. Ja, ne, ne, ich kann nicht mal aufs Spiel verlassen gehen, fühl mich verarscht. Oh, du siehst ja auch, wie du den Start ist, äh... Ich bin jetzt zwar kein Profi-Rocket-Tick-Spieler, aber... Ich war doch der Tag, wo wir einfach das perfekte Spiel für Benni gefunden haben. Da fudelt er gerne, da nimmt er die Antenne. Ja, Mario Kart liebe ich, Alter. Ich hab immer noch die erste Wii und da hab ich mir nochmal drauf, spiel ich mit meiner Mutter immer wieder. Warte, wo komm. Die ist zwar immer noch besser als ich, aber dann noch. Seitdem ich nicht mal auf der Vier spiele, dann muss ich das immer noch auf der Vier spiele, dann muss ich das immer noch auf der Vier spiele. Ich muss jetzt gerade mal... Soll wir schon mal starten, Sarah? Ja, ja, mach's. Moment, ich muss mal eben Tier 4 Packs öffnen. Eben könntest ich wohl alles wissen. Ich hab hier gehört, FIFA? FIFA Packs oder was? Nee. Ah. So, Spezial-Drops. Ah, ich dachte gleich, ich komm's los. Soares raus, Alter. In Walkout. Ist so. Ach ja. Benti. Schön zu wissen, da tut die normale in FIFA-Rasung nicht mal anders, wie es aussieht wegen Freundschaftsspiel. Ich mach da nur meine ganz normale Offline-Season. Ich spiele da kein Online. Ich spiele da kein Online. Hä, du kannst doch trotzdem... Du kannst doch mit ihm Freundschaftsspiele machen. Du hattest mich doch herausgefordert, dass das eine war. Ja, wenn Hansi mal dabei wäre, hab ich gesagt, machen wir ein FIFA-Turnier, aber wir finden keine Zeit dafür. Außerdem bin ich jetzt mehr in Formel 1 drin. Ich spiele halt gerne FIFA, in dem ich einfach nur mein Dream-Team aufbaue. Einfach mir so eine Geldspritze geben und auf den Lieblingsspieler rein. Und dann auf geht's. In Formel 1 wäre ich auch gerne dabei. Du, du Arsch, hast mir ja nicht Bescheid gesagt, dass es 40 Euro kostet. Du hattest mir ja mal Bescheid geben können, wo das zufriedig war. Du hattest ja mal fragen können. Machst du mal das Fenster wieder auf hier? Was ist fragen? Da kann jetzt bitte eigentlich mal einer von uns verdammtes Tor machen, da will ich doch nicht. Jetzt schätze ich auch, ich mach gleich ein eigenes Tor, ich hab Bock, ne? Wir sind gerade in der Verlängerung, es fehlt ja nur ein Tor, soll das... Ja, no, läuft. So fähr's, Sarah. Das ist nach der Seite des Tor. Eigenes Team. So inkpotent dafür, es kommt schon... Ja, halleluja. Ich bin der beste Rocket League-Spieler ever. Ich hab ein Fies oben drauf, sehe ich gerade. Der geht rein! Sauber. Und da kommt Benni mit dem 1 zu 0, meine Herren. Wer fährt, Benni? Du! Du sagst es... Wenn du... Wenn ich ein Tor stehe... Ne, Claire und ich machen das immer anders. Wir gucken immer, wer ein bisschen... Ach so. Wir haben alles, der fährt. ich mache das so wie mit hansi also du stehst immer hinter dem tor steht der bleibt hinten wir haben ein eigentor finde ich gut tor für mich sogar guck mal ich fahr jawohl da fliegt doch alle am ball vorbei nein fischkopf susi boi fischkopfi kopf susi boi fischkopf alles klar fischkopf wäre ein spieber kopf ausschuldigung die freunde im spiel sind nicht drin das ist ja was 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 der kommt perfekt für mich fischkopfi ich dachte ich mache oh gott jetzt habe ich den scheiß erwischt habe ich ich komme zu dir zara nein ich kann ich bin zu hoch genug sauber pull in die benni brauche ich keine martis ma ich meine Benni, der Fischkopf schon wieder. Du fährst, Sarah? Ich hab ja das Gefühl, das ist halbe Schanzen. Juhu! Du fährst. Na, Mann. Alles gut. Der geht rein. Da hab ich doch gehalten. Guck mal, wie schön ich den gehalten hab. Jo. Guck mal, wie schön da reingegangen ist. Ja. Oh, sorry. Aua. Weg da mit dir. Bei diesem Spiel haben wir einiges besser als ich. Aber ich... Also ich hab die Switch in der Hand. Oh. Aua, du blöd. Pinka, du. Ich hab mich zu stört. Nein. Fischkopf kommt. Ich kann nix. Nee, der heißt nur so doof. Komm, Sarah. Der heißt, wie der aussieht. Der sieht schon so aus wie so ein Fischkopf, ne? Oh, scheiße. Hab ich jetzt in den Spiegel geguckt und gedacht, so will ich jetzt heißen. Ach, Mann. Aber hauptsache, ich hab Fischkopf noch zerstört dabei. Ich war. Das hat er für einen Zickzack. Der kommt richtig gut. Schade. Schadest du deine Barst, Sarah. Ja, er war zu langsam. Ich hab keinen Speed, ja. Dieser Fischkopf geht mir auch so auf den Nerven, ne? Boah, Fischkopf, geh weg da. Weg! Das ist mein Tor. Wenn ich euch bei ihm auch sehen könnte, wäre Rumble, alter. Das wär nice. Das ist doch ein richtiger Chaos. Geh das nicht? Ich hab halt echt kein Speed, Mann. Das fackt mich grad so ab. Na, Mann. Sarah, was war da grad dein Ziel? Ich weiß es auch nicht. Der kommt nicht. Weg! Ich bin doch schon weg. Der Gegner hat mich blockiert. Ja. Gewonnen! Tiggi Easy. Gönes Ding. GG. Tiggi Easy. Wie weit bist du, Bessi? Ich hab's gewonnen. Tiggi Easy. Tiggi Easy. Wie weit bist du, Beshi? Ich müsste dir eigentlich auch Freundschaftsentrag geschickt haben. Ich guck. Zurück zum Hauptmenü. Selbe nahe, fehlt halt nur ein I. Vielleicht hab ich auch noch anderen Bennimus was geschickt, aber eigentlich müsste es losgelegt werden. Ich würd sagen, so wie letztes Mal, ne? Wir haben beide Kinder da, denke dran. Ich hab nichts gekriegt dran. Ich schätze es auch. Weißt du was? Ja. Guck hier. Guck doch wie scheiß. Ja, das ist nicht. Du war letztes Mal. Bist du Fortnite Wächter? Was? Bist du der Fortnite Wächter? Nein. Ich hab hier ein Fortnite Wächter drin. Aber ich sagen muss, das wäre ein Hammer Name. Zu Epic-Freunde, ich müsste eigentlich jetzt bei Epic-Freunden drin sein. Wie gesagt, ich hab keine Ahnung. Ich glaub ich hab dir eine Einladung geschickt. Ja. Ich hab dich das letzte Mal auch gemacht. Weil der da war. Ähm. Ja, ist okay, ich akzeptiere das nochmal. Ich hab dir nur gezwungen. Ich gehe aber kurz noch mal den Namen an. Wie kann ich nicht nehmen? Die sind dafür nicht geeignet. Ach, schlafen die Füße ein. Das ist eigentlich eine bekommen haben. Genauso den Namen geschrieben. Genau so. Das ist die letzte Dose, ne? Bist du Bash? Ja, da hast du mir vorhin schon eine geschickt gehabt. Ja, sag ich doch. Ich wusste doch, ich habe den Namen richtig geschrieben, oder? Habe ich nicht richtig geschrieben. Dieser Junge sagt nicht zu. Das heißt überall anders, das ist kompliziert bei ihm. Guck mal, ich habe einen Fisch aufgerufen. Nur bei dem Spiel. Bei dem Spiel ist es mir egal, bei welchen Account ich benutze. Deswegen habe ich gedacht, das bin ich halt den Account, der meinen Namen am ähnlichsten kommt. Anstatt Fahrstuhl. Aber es ist eigentlich auch witzig wäre, mit dem Account Fahrstuhl zu sein, weil es macht ja nicht mehr Sinn, aber dennoch. Ich fahr. Ein Tor. Sarah, wir beide fahren. Jo. Oh verdammt. Ich bin ehreiger Profi, Mann. Also meine Reifen prätschen die ganze Zeit, das ist nicht gut. Ein gutes Zeichen mit Autoreifen prätschen, oder? Das bedeutet, du bist sehr gut. Ja, ne? Total. Keine Ahnung, was Bildschirmsalibridation ist, was ich da jetzt machen muss. Oder passiert das von alleine? Oh. Beschi. Was ist denn, ich hätte selber dabei hier. Oh, Anna. Ich bin jetzt mal am Morgen. Ich hab keinen Pus. Okay. Ich fühle mich wie ein Boxsack. Sarah. Komm, Benni. Ja, wenn du mir nicht reingefahren wärst, wär's kein Thema gewesen. Was? Wenn du da mitten in Richtung stehst. Oh, der hört mir halt ganz an. Weg. Sieht gut aus. Joa, der hält den, oder wat? Weg. Weg. Jetzt habt ihr mich aber echt zu hart gereizt, ihr Spackos. Auf. Ach, echt. Weg. Jawoll. Wer ist denn? Hallo? Nein, der ist noch mal nach hinten. Sagt mir reicht's jetzt. Den hab ich aber doch schön vorbeigelegt. Tö. Ich bleib hinten. Vorsicht, Benni. Da konnte ich nichts machen. Warum ist Bessi nicht gefahren? Ich bin so so geil so was. Bessi, warum bist du nicht gefahren? Ja, und sollte ich fahren? Ja. Zweifach. Ja, ne. Es hätt ja einfach draufgegangen wären, weil es sowieso drüber gefahren ist. Es hätte keinen Unterschied gemacht, ob ich da wär oder nicht. Doch, das hätt schon was ausgemacht, weil du vielleicht den Ball getroffen hättest. Ja. 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 Ehrfurt, ne. Mal gucken, da kommt er nämlich ganz anders ab und zu. Oh fuck. Oh. So. Hey Sarah. Hey Sarah. Ich hab keinen Boost, ich werd nur rumgehauen. Ich fühl sie nicht gut an. Ja. Bessi. Er wirst reinkommen. Warum spielst du da in die Mitte, wo die Gegner sind? Ich glaub, wenn du einfach grad ausfahren kannst. Ja, wenn du mir den Ball, wenn ich grad ausfahren will, wegspielst, kann ich auch nichts machen. Hansi. Guck mal. Wo ist Hansi? Ich brauch Hansi. Der kommt gut, der kommt richtig gut. Alter, wie kann er den halten, Alter? Kann ich ran. Das ist... Ich brauch Boost. Das ist die Bessi nur stehen, statt fahren. Ja, weil ich Boost brauch. Das bringt mir wirklich ein Ding ab. Ja, wenn keine Gegner brauchen, dann brauchst du Boost, oder? Dann fährt man einfach so gegen den Ball. Und dann nochmal so. Ja, wie? Wenn alle noch rumstehen. Und dann nochmal so. Und dann eventuell nochmal. Guck mal. Oder so. Meinst du so? Ja. Oder man lässt einfach fahren hinterher. Die dann so vorbeigeschlichen kommen. So, das ist genau perfekt für mich. Na. Na. Na, der andere kam genau. Parallel zu mir. Das hast du dann 2 gegen 2. Der Typ steht mir direkt vor mir. Falou, lass mal eine Füße in Ruhe. Och. Come on. Komm. Perfekt für einen von euch. Na. Ich... Ich... So kack. Ist das schwer so. Ich... Ich kam nicht weg, ich wurde von 2 eingekesselt. Ich wurde... Oh. Entschuldigung, Benni. Entschuldigung. Das war mein Fehler. Alles gut. Alter, ich werde hier voll gebumst. Komm. Mach nen rein. Äh... Komm schon. Jawoll. Wow. Ich... Ich glaube, Ichio ist nicht erfreut. Balou, du lässt meine Füße jetzt nicht vor. Äh... Wir beide, Becky. Ich bin tot. Kann nix machen. Was ist denn mit euch los, Alter? Wenn wir grad am verlieren sind, sind die jetzt richtig so schreutig. Merz. Weg mit dir. Der kommt perfekt. Ach, ich hab keinen Brust. Ich hab keinen Brust, der hat ihn geplockt. Schade. Nein, Pfosten. Und alle 3 dran vorbei. Alter, da haben wir trotzdem. Haben wir. Schön, wenn das Ding. Kata, der Mama ist ja nicht schon warm genug, ne? Dann musst du dich noch mitten an meine Füße legen, ne? Ich fahr. Ich fahr. Alter. Das... Ohhhh. Nein. Wir kommen wegen dem Vermieter. Weg! Das war ja viel zu schreckt bei mir. Der kommt scheiße. Aua. Mein armes Auto. Die zerstören mein Auto. Ohhhh. Das haben wir nie. Deswegen. 21 mal denn die Stunde. Ich hab keine Ahnung wieviel Kamer das ist, weil ich zuvor bin das umzurechnen. Das ist sowieso nicht meine Stärke. Ihr fragt. Hui. Alles Gute shoppen. Weg. Weg. Ich springe genauso schlecht. Ja. Ah, okay, leider. Regi, lass doch! Hast du dich schon direkt davor? Das war meine Strasse. Ja, du hast... Ich war aber grad schon an der Vorwärtsbewegung. Hui. Ich spiel bei der Box auch. Aua. Ey. Oh, hallo. Leo. Außer wenn du vorwärtsbewegung sagst, dann musst du kommunizieren. Dann sagst du der Lasse und die ist ja okay. Wie im Fußball. Einfach über den Platz schreiben. Leo. Laufen. Leo. Hui. Kennt er nicht. Doch, Leo kennt uns. Der weiß nicht, was die Leute sind. Leo, 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 Leo. Au, au, au. Au, au. Ich sag doch. Ja. Überwand lieber Flachmeid. Ach, au. Weißt du... Ich werde dich nur beleidigt, alles. Danke. Leo, Leo, Leo. Beschi. Lass dein... Also ich bin hier oben, okay? Ich kann gar nichts machen dafür. Lass, 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 lass. Was? Benni ragt gerne nur. Nein, Beschi und ich haben uns auch gar getuscht. Ja, Mann. So, jetzt. Meine Presse, die unten drin geht mir so oft. Oh, oh. Beschi. Was für Beschi. Du bist auch weit vorbeigefallen, meine Freundin. Ja, aber ich warte. Guck mal, was du gemacht hast. Was ist mit dir denn los? Beschi, du blubst hier. Ne. Wieso, bitte? Ey, ne, Moment mal. Diesmal hast du mich gefühlt. Wir haben eigentlich gerade alle dieselbe Wiederholung gesehen. Alles auf Anderen schuldig. Lass zu rot. Ja, das kann ich noch machen. Diesmal bin ich nicht schuldig. Ja, jetzt hat die Wiederholung von meiner Seite gestanden. Also, irgendwie gesagt... So macht man das! Alter, ich bin nicht schuldig. Du hast gar nicht aufhörmlich geflogen, Alter. Irgendwie geht mir wieder der Fisch auf meinem Autobazin. Ich hoffe, er lebt ihn. Ihr fahrt! Jo, den hab ich. Saftig. Wer ist in der Mitte? Äh, der... Au. Nein. Ich muss echt mal in der Kamera schreien, wenn man das benutzt. Ja, sonst komm ich immer auf die Bahn. Leo, Leo, Leo! Weg mit den Fischer. Leo, Leo, Leo! Au. Aber sonst werden andere gar nicht erst zu kommen. Ich fühl mich wirklich in dem Boxauto, ne? Ich hab dir eben vorgelegt, Sarah. Ich wäre aber schneller dran gezogen, Benni. Ich war schon da. Kann ich gar nichts mehr machen. Jetzt hab ich keinen Speed mehr. Ich... Versuch, dann bist du es. Alles gut, Benni ist da. Ja, Meshie. Meshie hat... Meshie hat mir mein... mein Speed geklaut. Alter, was macht ihr denn? Es gibt keine Beweise. Meshie, komm! Nein. Ja, ich kann boosten. Ich wäre nicht schnell genug gewesen. Der geht, der geht, der geht! Komm, komm, komm! Ja! Ich hab noch den Typen verteidigt. Schönes Ding. Ich bin zufrieden. Den musst du auch erst mal von da machen. Den musst du auch erst mal so machen, ne? Ja, den musst du echt erst mal von da machen, Alter. Leider hab ich den Typen noch weggebumst, Junge. Wie es sein muss. Bin ich im Tor? Ja. Hab's doch nicht. Ich blöcke mir die Fahrer. Komm, Bessie. Komm, Bessie. Fahr, fahr, fahr! Jawoll, Spaß, Junge. Hab wir? Mal tauschen. Hau. Da ist Hansi! Moin! Hey! Mein Auto, Becky! Ich war das nicht. Das war, äh, Gasti. Das war Gasti. Das war Gasti. Der hat das Spiel gewechselt. Der müsste, komm, komm. Den hast du. So, einmal Hauptmenü. Ich glaub, Hansi ist jetzt am Start. Also, Hansi und ich gegen Benny. Ne, wir waren 4 gegen 4. Man kann auch einen 3 gegen 1 machen, weil wir ja auch dabei. Hansi, bist du jetzt dabei? So. Frage. Hansi? Der fällt gerade auf, ich hab noch nie mit Hansi geredet. Also, richtig geredet. Auch gestern. Ja, ne, haben wir nicht geredet. Da haben wir geschrieben. Das ist jetzt nicht gut. Das Minde ist auch schon im Chat. Oh, mein Arm juckt. Mich hat irgendwas gestochen eben gerade. Fuck, Viecher. Schade, diese Viecher. ja ich überhaupt nicht nachvollziehen körper ich bin doch krass das das mücken eigentlich so jetzt sind wir auch einen richtigen kroll drin das hat mich getriggert dass wir im fort mal drin waren hört ihr mich wo ist bäschi hin sara hallo ja ich muss wieder raus wenn er reinkommt sonst spinnt es momentan liegt an disco hat das kommt oft probleme wie ich gemerkt habe ja ich will ich weiß dass ich raus bin wenn ihr richtig heilig seid dann könnt ihr mich nicht mehr hören und ich höre ich richtig komisch muss ich einmal raus da reinkommen roboter warum was hast du jetzt schon wieder für eine strafe immer wenn du reinkommst hast du eine strafe das nervt es ist pokémon richtig gehabt wäre ich ja nicht mal enttäuscht ist pokémon und animal crossing hallo ja gut da bin ich ehrlich da bin ich ehrlich ich habe zwar geahnt habe ich auch nicht so hundert prozent dabei gewesen meine tochter ja da hat meine tochter hat sofort gesagt die anfangs melodie gehörte folgendes enemy crossing ja bei mir was ich halt richtig herausgeholt hat direkt war das pacman ich höre die 25 aber ich auch wo ich will gar nicht wissen ich habe ich habe melke soll es geschrien wir gar nicht wissen die nachbarn gedacht hatten ja wie ich geschrieben habe ich glaube ich muss echt verrückt sein wenn sie denken die ich schreihe nur irgendwelche video spektitel raus was denn du willst doch nur dass ich heute abend noch in stream kotz alter jetzt will ich sehen wir wollen wir wollen dich kotzen sehen wir wollen dich kotzen sehen wir wollen doch mal zehn mal das knapp und von der bewegung her warte ich mache ich glaube ich weiß was nein ich freue mich schon auf klappmesser hatte ich mit sit up fast fast das ist noch mal eine härtere form vom sit-up das ist eine übung das ist eine übung die hat mein ehemaliger trainer gerne mit uns gemacht und als ich trainer war habe ich die gerne machen lassen meine leute durften da 50 stück machen du musst nur zehn machen also du legst dich auf den rücken auf den rücken arme über den kopf also alles gerade gerade weg und dann gleichzeitig oberkörper hoch und beine hoch und in der luft berührt in der luft berührst du dann mit den händen deine beine das bin ich war mit ich mach das mit jetzt komm ich bin dabei klassische 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 übung im boxen um die beine und den bauch zu trainieren ich sehe dich nicht so erst mal handy richtig hinlegen und so ja ich höre dich wie soll ich das jetzt machen du siehst die kamera du liegst dich jetzt auf dem rücken ja auch dein dünel aus der kamera leg dich hin wenn ich schlafen arme lang habe ich arme lang und jetzt mit dem oberkörper und mit den beinen gleichzeitig nach oben nach oben und der ist fußballer hoch körper beine hoch zacki und der machte nach den saufen ab in gott das war ja nicht mal ein normaler sit-up auf gar keinen fall du machst du machst du machst zehn klappmesser wenn du diskutierst wären es 15 also nur zum vergleich im training durften meine leute 50 stück davon machen nachdem sie eine halbe stunde nachdem sie eine halbe stunde springseltspringen gemacht haben ich sehe nicht ich hab's gemacht ich bin kollekt am verletzten wenn ich dein bett hättest du mal machen können vorher ne der ist ja genauso wie dein vater war wo sind die beine ja wo sind die beine aber jetzt verstehst du auch warum hans sie den trainer schein hatte ich glaube das box genaht fuck you man noch hast du nicht einen einzigen und auch als fußballer brauchst du kraft in den beinen und im oberkörper aufgerechnet er hat recht ich hab eine malung wie klappt es da geht ich hab das noch nie gemacht na hab ich sie doch gerade gemacht also das klappt nicht bei mir das ist nicht ganz wichtig dass die beine mitgenommen werden dass ich sonst machen könnte dann wäre ich aber auch echt also dann hätte ich keiner mehr da hingekriegt mach mal mach mal die beine gerade nach oben nach oben genau und jetzt gleichzeitig den oberkörper hoch ja aber die arme auch gestreckt lassen die hände müssen an die füße das ist das lustigste was ich je gesehen hab also ich hab wirklich ein paar leute im training gehabt gerade anfänger die es am anfang nicht richtig hinbekommen haben aber 2 3 haben sie alle hingekriegt was ist da jetzt passiert ja ich würde sagen dass mein erstes war noch recht furchtbar was denn er hat gewählt hat nein Hansi was also Ben ja sofort mache ich jede Sportart mit dem Janakiti danke für danke für dein Follower danke für die Glückwünsche ich muss hier gerade Sport machen ich bin jetzt schon im Arsch und er hat noch nicht mal angefangen Hansi das kannst du nicht mit mir jetzt nicht machen du siehst was hier abgeht Hansi ich sehe dass da gar nix abgeht wo du nix hinkriegst los Jana ich würde von Benni gerne eine richtige Lügigkeit also allein fürs Diskutieren hättest du jetzt nochmal 20 Minuten Springseil springen von mir bekommen ich kann gar nix mehr damit tut alles weh ich zock jetzt da wird Kett aber enttäuscht wenn dass du die Aufgaben nicht ordentlich machst das heißt 50 das heißt jetzt 50 ja such dir was anderes aus also Hansi mit dir ich los die Träne war echt nützlich ich mach Sinn ab du dass das was aber ich glaub mir sei es zu anstrengend für mich na gut warte warte dann guck ich nochmal kurz was Kett und ich noch auf der Liste hatten da war noch ein bisschen was mit Sport Egal ich muss jetzt am Montag nach München oder dann musst du Dienstag genug Sport machen Alter das geht's ab Okay Dann machen wir was anderes Was kommt? Zwei Minuten Plank Was ist denn Plank? Oh mein Gott Was ist das? Benni du bist am Arsch Das sag ich dir jetzt schon Das hältst nicht aus Was ist so ein Plank? Ich glaube er schafft Ich glaube er schafft Ich glaube er schafft sieben Sekunden Was ist denn Plank? Benni du musst Benni du musst Erstmal Richtung Bauch auf dem Boden legen komplett flach Dann schützt du dich mit deinen beiden Unterarmen ab und deinen Füßen halten den Zehn und packst jede Liege schützt Position nur mit dem Unterarm und bleibst die ganze Zeit genauso Das ist einfach Genau so Das schafft er drei Minuten Benni nein Benni ich mach mit Ich sag ich bin nach einer Minute am Arsch Also Hansi dann Hansi dann bin ich aber dafür dass er dann drei Minuten macht wenn er sagt dass das drei Minuten aushält ne Der darf jetzt vier machen man sieht dich nicht Benni Alter Man sieht dich nicht Man sieht dich nicht man sieht nur deinen Rücken Hansi Da will ich nicht mehr mit mir Man sieht nicht ob dein Arsch oben ist und was deine Beine machen Ja Das sieht so ein bisschen Ja Ich kann jetzt nicht mehr Ja jetzt nicht gar nichts mehr Ja toll du sollst denn die Kamera hinstellen mein Gott Der hat jetzt schon irgendwas schrien der kann jetzt doch schon nicht mehr Der ist jetzt schon im Eimer Ja weil ist die Kamera hier als ich mal hab mehr Ja so ist gut so ist gut Ja so ist gut So war sie doch grad gut so seitlich Ja sie dreht sich aber weg So ich versuche sie jetzt hier am Bett festzumachen Omi Gott da wird einem ja schlecht bei Omi das ist doch da Ich soll mal zum Benni rüber hübschen und mal gucken und die kaputt lachen Nein Nein So warte ich mach's an das Nein Das liegt für die Info Ja Meine Frau Entweder mach ich's Auf Auf Genau Oh er braucht aber auch drei Oh er braucht aber auch drei Ich glaub dann hängt Den braucht dann Soll das Ich hab auch noch einen kurzen Bock mehr Dann stell sie doch auf den Boden Benni wenn du so weiter wackelst du dann kotze ich gleich Hey ohne Scheiß wir sind auch schon ganz schlecht Boah Auf geht's Wir haben gleich nach wo man fährt auf geht's Aber so ist gut So drei Minuten Drei Ach du Scheiße Was ist das denn? Arsch runter Ich hab mein Held dann abgerissen Ja Arsch runter Ja Arsch runter Ja Arsch runter Du musst dich auf den Bauch legen Arsch runter Genau so Hey Ich habe Du hast die Kamera umgeschmissen Guck mal er packt mich die ab, Alter Du hast den Arsch viel zu weit oben Das ist doch kein Plank Das ist der Ball oder so Also Ich kann jetzt nicht mehr Ich kann jetzt nicht mehr Mal mitwachen Oder mich so gejagt hat Ja So jetzt Auch halb gekotzt Und los So Arsch runter Arsch runter Der Arsch muss weiter runter Und der geht nach fünf Sekunden auf Weiter runter Weiter runter Das ist gut Hilfe Und der geht nach fünf Sekunden auf Und der Hintergrund Oh guck mal guck mal Er kämpft schon Er kämpft schon Er hat drei Minuten gesagt Und die fangen jetzt erst richtig an Jetzt kommt der Schmerz langsam Und die fangen Und die fangen dann 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 Machen wir jetzt noch eine schöne Übung hinterher Zum runter kommen Was ganz entspanntes Yoga 50 Sit-Ups 50 richtig schöne entspannte Sit-Ups Richtig sauber Ja Hans ich muss immer zu deinem Dojo Kann ich ja nicht die Bock drauf Wie bitte? Ich muss immer zu deinem Dojo Ah ich hab aufgehört Du weißt doch Dass ich vier Stunden spielen muss Ja ich hab vom Geraden aufgehört Ein Schülter hast du schon mal Ich bin dabei Ja Hans du wirst ja schon grad Ich noch vier Stunden spielen muss Ja und? Ja gut Ist dann aber Ist dann aber vielleicht die letzte Sportübung Vielleicht Mal gucken Vielleicht fällt mir noch was schönes ein Ich hätte noch ein paar Ideen Aber Ja ich auch Aber ich hab noch ein paar andere schöne Sachen Ich habe damals eine App gefunden Wo ich Weil man trainiert hat Jedes Mal verschiedene Arten von Liegenstützemassen Ich hab noch ein paar Ja Also 50 Stück Schön sauber Eins Zwei Drei Vier Fünf Er kommt nicht mehr hoch Sechs Er kämpft Sieben Mängstens zehn Komm schon Acht Zwei Neun Zehn Neun Zehn Elf Zwölf Drei Zehn Lass die Füße auf dem Boden Vierzehn 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 Erstmal Vierzehn Vierzehn Wenn das zählt hätte eigentlich gar keine Die waren einfach und schon oben Ich kann es verstehen, weil es für eine Anstrengung nicht gewohnt ist. 1, 2, 3, 2. Ich kann vorstellen, dass Fanny sein Rücken gleich richtig wehtun wird, weil er die Füße noch oben hoch hoch hat. Und immer wenn du Pause machst, fangen wir von vorne an. Oah! Oh, dann ist er in 12 Stunden Stream geendet. 2, 3. Du wart mal Vier und Seid, Jungen. Und dann hast du Pause gemacht. Er gehts erst wieder von vorne an. Ich cliente jetzt einfach, Fanny. Mach schon. Gott! Es verdient doch noch nei. Ein 24er, nur mit Sportübungen für Benni. Ich erw⅛ jetzt, wer skript nie wieder. So Benni, wann fängst du jetzt endlich mal an? Na ja, alle vier Stunden Neustart Na gut, wenn man jetzt noch zu... Komm, ich hab gute Laune Fangen wir bei 15 an 16 17 18 18 18 Die Füße müssen auf den Boden 18 Der macht die Füße immer hoch 18 Der kostet gleich Benni, hast du irgendwas was du deine Füße drauf tun kannst oder gegensteppen kannst Okay, wir machen es anders Wenn du jetzt offen zugibst du schaffst es nicht du bist zu schwach dann bist du erlöst Okay, ich geh zu ich bin zu schwach für die Scheiße Okay, dann geh wieder an deinen Platz Das hat er jetzt nicht gesagt Aber jetzt verstehe ich warum Hansi so dominant ist Muss man sein Jetzt bin ich dabei Aber er nennt sich Baller Ja, stimmt Stimmt, Benni Benni ist Stürmer Was ist denn für ein Stürmer? Ein Bier? Ich glaube auch Ich wollte nur sagen Was ist denn für eine Position spielt Benni? Ist Benni Stürmer? Wasserholer Bier Stürmer Das ist der Bier Stürmer Hey, das ist meine Aufgabe Ja Die nimmt mir keiner hier Ich habe euch jetzt eine Sache Ich bin nur fünf Minuten vor Schluss werde ich meistens eingewechselt Jetzt wisst ihr warum Ja, ist einfach mal aus Ich finde es auch warum Wenn du schon 8000 Dosen von Energy trinkst hast du jetzt keinen Unterschied Das ist gar ein Wunder, Junge Ich trinke auch nicht auf Ich weiß, was noch okay Aber ich habe nicht Weil ich trinke so viele Energy Trinks hintereinander Spannend auf, wer mal Jawohl Und das Schöne ist Ihr seht ja, dass er jetzt völlig im Arsch ist Dabei hat er nicht eine einzige Übung richtig gemacht Schaut du dich Meine Punktion ist Torwart und die wird auch Torwart bleiben So, jetzt zarte ich erstmal Hansi in die Lobby ein Also Hansi Hansi, ich habe gehört Punkt für die für die Mods, ja? Eindeutig Ich glaube, der nächste kommt gleich weil ich war so lange heute nicht da Ich habe ja so viel verpasst Also ich habe schon den Controller verkehrt rum gehalten Ja und ich glaube das solltest du jetzt nochmal machen Das willst du denn in Rocket League Das willst du denn in Rocket League Stimmt Ich habe Wir haben uns aber noch was besseres überlegt tatsächlich für Rocket League Also wir haben auch das wird auch das wird auch noch kommen das wird so die letzte Runde sein wo du mit dem Controller spielst der falsch rum ist Aber für die Runde haben Kat und ich uns noch was ganz was Feines ausgesucht Jetzt kommt Die nächste Runde darfst du nur rückwärts fahren Ach du Alarm Gar kein Thema für mich Und das auch noch im Chaos 4 gegen 4 Herzlichen Glückwunsch Warum machen wir eigentlich kein Rumble Baby rückwärts und dann Rumble Das wäre mega Das ist ein Kinderspisse Ach Benni Falls du dem Irrtum erlegen bist dass du heute in Mario Kart Spaß haben wirst Den Du weißt schon dass da andere Streamer live dabei sind Ja Und Biene Biene freut sich drauf Biene guckt zu Denke dran Benni Die kriegt alles mit Die Biene spielt mit Ja Ich hab nachher hier 20 Zuschauer Ihr könnt das ja machen Das könnt ihr ja Waren Von 8 Anidee Zuschauer hier sind Das könnt ihr ja bringen Du bist uns wochenlang auf den Sack gegangen Wir sollen irgendwas für dich vorbereiten Das haben wir gemacht Ja aber das nur was Ich dachte an Quizspiel An Multiplayer Spiele Ganz ehrlich Benni Ich kann dir noch ein paar Quizdinger raussuchen Ich hab sehr viele Quizfragen im Kopf Aber meistens ist das naja Das ist ein gemein Quiz oder über Marvel Vor allen Dingen Du hast ja dein Quiz bekommen Du hast es nur Glorech verkackt Meine Tochter Hansi Meine große Tochter hat den Benni böse angeguckt Weil er gesagt Er hat solche Dinge nicht wusste Ich meine Ich bin ehrlich Ach so Ich muss ja Rückkehrt fahren Ich muss ja Rückkehrt fahren Stimmt ja Von den ganzen Sounds die da waren Die Hälfte wusste ich auch nicht Aber so Element Pokémon und so Ja sowas muss man wissen Du hättest den Blick meiner Tochter sehen müssen Hansi Weißt du wo ich komplett eskaliert bin mit Cat zusammen im Chat Wo Bei Metal Gear Alter Nie gespielt Ja Ich hab so aus Nie gespielt Ja das hab ich Ich hab Das muss man auch nie gespielt haben Den Sound kennt man trotzdem Und bei Heavy Rain Alter Weiß er Jason einfach nicht Hätt ich ausrasten können Ganz ehrlich Ich wär's Jason erst in den Kopf gekonnt nachdem ich Heavy Rain gebläsen hab Wenn er es erst würde sehen Ich hab an DVD Jason Ich hab an allen möglichen Spielen gedacht DVD und Jason Was? Keine Ahnung Was dafür Fendi sieht gut aus Was du da machst Jason wollten sie Jahre machen haben aber die funktioniert gegen den Spielen Ich fahr die ganze Zeit rückwärts Ja Ey 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 Der kostet ein Schritt heute Ey drei Minuten Noch drei Minuten 4 gegen 4 ist aber auch absolute 3 ey Ja vor allem bei der Map die ist viel zu klein dafür muss ich sagen Oha viel zu viele Cars Ich bin vor allen Dingen jetzt so Formel 1 gewohnt dass ich mit der Rocket League Steuerung gerade überhaupt nicht klarkomme Ist so Wir spielen auch heute noch Formel 1 Hansi hab ich das Gefühl Ich glaube dass du dass du heute noch ganz andere Sachen machst Benni Was denn? Lass dich überraschen Cat Cat Bun Nein Also wenn du mir sagst ich soll Cat Bun dann hör ich auf zu streamen nö warum sollt' ich denn sowas sagen nö auch der Ketten Ketten aber alle alle komplett im halbberg ey so die kriege ich die kriege ich die kriege ich weg da nö nö ich krieg'n wir haben ja alle haben ja alle wir haben ja alle Bock drauf gehabt aber guck mal wie schön rückwärts gefahren bin die ganze Zeit Na dann machen wir mal schön weiter Ja dann machen wir mal schön weiter Ja dann machen wir mal schön weiter ja dann machen wir mal vier menschen hab ich auch gekriegt glaub ich so er war auch meistens immer noch perfekt gespielt Ayy Hansi du denkst dir auch einen Schwachsinn aus ey nicht nur ich Cat auch die Hälfte oder von was kam von Cat die Squats ich weiß du musstest ja heute auch schon Squats machen die Idee kam von Cat von alleine die Sportklamotten ist kein Schwachsinn also für mich wäre echt gewesen hätte ich eine Aufgabe gemacht wäre es bei mir wahrscheinlich echt die Geschütze gewesen weil ich die Geschütze liebe also die durfte er ja vorhin auch schon machen und hat es erfolgreich nicht hingeschrieben also ich würde ja noch Klimzüger äh machen aber ich würde sagen ich glaube du hast keine Stange so zählt das jetzt auch rückwärts fahren ans Runde ja also ne jetzt äh die ganze Runde jetzt hier wieder ich dachte die halbe war mir ich hab ja schon eine halbe Runde ok dann mach ich jetzt nein die ganze ja ok alter jetzt gerade ne Körper zittert bei mir alter so ich hab ja es ist mein schuld ich guck nicht hin wo ich fahr ich hab ja meine Stimme ist auch grad fahr ich hab ja 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 Was ist denn jetzt Turbo? Ach nee, ich darf kein Turbo machen. Falsch vorwärts, automatisch. Oh, Schade. Oh, ich fliege. Ich hab's nämlich grad probiert. Das ist ein Pass. Ja, Scheiße. Benni, rück. Ja, fahr doch mal weg da. Hab ich. Hab ich, hab ich. Oh, danke. Ich fahr doch schon die ganze Zeit rückwärts. Nee, du bist gerade ein Stückchen vorwärts gefahren, das hab ich gesehen. Wo bin ich denn vorwärts gefahren? Der hat mich geschubst, der andere. Du hättest aber rückwärts weiterfahren müssen dann. Ich hab rückwärts... Ja, wenn der andere mich von vorne schubst, kann ich rückwärts nicht wegfahren. Och, kannst du. Also, noch mal ne Minute drauf, hab ich gehört. Ich such mir neue Mods. Ja, mach, mach. Darf ich Kett das machen? Nein. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Das war ein Scherz. Meine Mods gibt's nicht. Wenn ich rückwärts... Was würdest du machen, Hansi, wenn ich jetzt rückwärts ein Torfobb mach? Nee, Mary. Was soll ich da machen? Da mach ich mir keine Gedanken drüber, weil das nicht passieren wird. Ich sag der und dann kommt der Ball jetzt perfekt zum Benni. Sarah hat mir grad versaut. Sarah hat nen Scheißdreck zu dir versaut. Ich hätt nur noch aufm Ball fahren müssen. Du warst 20 Meter weg vom Ball, du Lohich. Der ist einfach so. Du durfst rückwärts fahren, ja, hast recht. Nein! Nein! Sorry. Mein Fehler. Hätt ich haben müssen. Na Benni, hast du Spaß? Nee. Das Schöne ist, er wird sich morgen in Sicherheit wiegen und übermorgen kommt der Muskelkater. Aua! Hey, du Affel! Geh aber meine Mods. Hey! Kommt doch gar nicht. Du bist beschäftigt. Ich muss bei zwei Mods spielen, hallo? Boah, der Killer geht mir voll auf den Nerven hier. Ach ja. Boah, bist du eigentlich noch zuhause? Ja, auf meine Melli Omi zu nennen. Ja, man ist da bis jetzt noch. Aber ich fahre alles schon rückwärts. Ja, sehr schön. Wie eine prima Ballerina. Ja. Ich hab den Ball geklärt. Noch nicht so elegant. Ah ja, klärt du mal rückwärts den Ball, bitte! Aua, was schießt du mich ins Tor rein? Ich hab doch gar nichts mal vorwärts gefahren. Von vorhin, Benni, von vorhin. Jetzt ist doch schon von vorhin. Kann wir jetzt alles rein machen? Das ist gut, ey. Äh, Pierre, ich bin vorhin schon anderthalb rund rückwärts gefahren. Oh. Mit der. Nein. Ihr gönnt mir gar kein Tor. Ich merk schon. Aus. Weg damit. Wuh! Gefällig gemacht. Ungegerettet. So, wie ich sagen muss, Alter. Das Rückwärtsfahrt geht mir langsam auf die Nerven, oder? Und das Tor! Ich bin einfach alles in einem meinen Daumenern. Ich mach fast ein eigenes Tor, rette es und mach dann noch das Tor. Ich bin absolut Profi. Ich glaub, da hilft grad einer ab. Ja, ja, das ist doch schon. Benni? Ja? Ja. Mir fällt übrigens ein, Füchschen hatte sich noch ne schöne Bestrafung für dich gewünscht. Was denn? Und dem komm ich natürlich nach. Was denn? Ich bin ja ein Ehrenmann. Äh, du musst jetzt 10 Minuten lang, ne 15 Minuten lang, äh, wie Mickey Maus sprechen. Ey, hör doch auf! Also, du musst dich jetzt eigentlich gar nicht so doll verstellen. Ja gut, dann kann ich ja so bleiben! Dann kann ich ja so bleiben! Boah! Absolut schleicht noch nicht, aber egal. Ich muss sagen, ich hab vorhin das Spookfitting versucht, aber Mickey Maus ist auch schwer, aber... Nee, Mickey Maus ist leicht! Ja, dann... Äh, es ist gut! Dann bist drei Viertel! Krass doch! Mickey Maus ist doch total leicht! Muss auch was im Haft machen! Mickey Maus ist total riesig! Benni, ich möchte... Benni, ich möchte nochmal das Lachen hören, die Lache ja! Erhört! 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 Das hat mich ja vorhin komplett gekillt, bei dem einen Liegestritt, wo er schon völlig im Arsch war, dieses... Boah, ich hab so einen Bauchschmerz gehabt vom Lachen, ne? Habt ihr das auch genommen? Ne, ich glaub nicht! Ja! Im Stream, ja! Ich würd sagen, alles ist im Stream! Kommt alles auf YouTube! Dann darfst du jetzt auch wieder normal fahren! Drei Schüsse, ein paar Rad, zwei Tore... Ich bin... Also, so gut war ich echt noch nie! Aber ich muss weiter mit Mickey Maus reden, oder wie? Ja! Ja! Okay! Fünfzehn Minuten lang! Ja, das ist doch kein Thema! Mist, das hätt ich mal machen sollen, wenn dann alle anderen da sind! Na egal! Das ist doch gar kein Thema! Die Dummheit von Patrick fehlt! Hä? Ich kann doch reden wie Patrick, das ist auch kein Thema! Du redest wie Mickey Maus! Ja, okay! Ich bin Patrick! Nein, hier ist Patrick! Nein, ich bin Patrick! Du bist Mickey Maus! Und... Okay, ich bin Mickey Maus! Und wenn du jetzt noch einmal nicht wie... Wenn du jetzt noch einmal nicht wie Mickey Maus redest, dann habe ich noch viele andere Sportübungen für dich! Ja? Ich will doch keinen Sport mehr machen! Ich habe euch immer Sport gemacht! Und mit den Sportübungen meine ich, das sind Übungen, da würdest du dir das Klappmesser zurück wünschen! Oh! Oh! Okay! Hey! Oh! Aber ganz ehrlich, das gibt Mickey Maus reden, dass ich das Klappmesser aufsparen soll! Wenn Biene dabei gewesen wäre! Ja! Und Biene hätte so Spaß gehabt! Ja, das ist mir auch gerade erst eingefallen, aber egal! Das... Da würde mir nachher noch irgendwie spontan sicherlich was einfallen! Oder nach Minuten jetzt, zehn Minuten nachher! Ich bin mir gar nicht! Ich bin mir gar nicht! Kannst du das jetzt aufteilen? Boah, Benni, halt die Fresse! Was denn? Ja, das ist ja so, ich bin mir gebraucht! Nee, du bist nicht! Boah! Das ist doch nicht der Effekt der wenigsten Sport! Oh! Nein, ich habe meine Klappe nicht! Ich will mir irgendwie... Ich will mir irgendwie... Mickey Maus! Du siehst noch nicht so aus! Nee, zumindest ist es nicht so hübsch, stimmt! Nee, stimmt, Mickey Maus ist niedlich! Ja! Oh Gott, die macht mich ja komplett fertig! Okay, die vier Schlecken sind schwerer! Ich glaube, Benni denkt sich gerade auch innerlich, was gibt ja... Wie mich das gerade triggert, dass er Aqua Barbie Girl als Thorsterhund hat! Aqua Barbie Girl! In der Barbie Girl! Ja! Nein, für den Plastik! Das geht zu den Plastik! Oh! Ja! Der Ball kommt! Ja, der Ball kommt! Der Ball kommt zu mir! Sehr schön! Oder auch nicht! Ja, es wird eigentlich so... Das ist ähnliches! Da will ich meinen Schwefel füllen! Aber ich kann ja reden wie Mickey Maus! Das ist ja gar kein Thema für mich! Ganz ehrlich, nachdem ich Barbie Girl gehört habe, will ich ja sagen, ob du Mickey Maus bist oder Barbie! Das ist die schwule Mickey Maus, Alter! Ja, sie hat jetzt irgendwie auch dumm! Ist mir egal, ob es schwul oder nicht ist! Ich hoffe, dass ich höre mich so an wie die Mickey Maus! Äh, er hat aufgehört, die Mickey zu reden! Nein, hab ich nicht! Doch! Nein! Das ist ein Gebot anders! Wie anders! Wenn man Gebot hat, hat man so lang... Ihr wollt ja auch so richtig mal Luft holen! Mickey Maus! Habe ich irgendwie gesagt, dass du Luft holen sollt? Ey! Ich erred' ja schon! Ich erred' ja schon! Benni! Was denn? Hat doch gar nichts gemacht! Da! Da war er wieder! Da war's! Sport! Ja, da lassen wir... Alter! Die nächste Sporteinheit machen wir so 20 Uhr! Nein! Oh ja! Nein! Vorher mache ich lieber ein Tor! 20 Uhr habe ich mir noch eine schöne Sporteinheit für dich ausgedeckt! Du kannst mich mal! Mit deiner Sporteinheit! Ihr Buckel runterrutschen! Das, was ich gerade mache, ist auch nur den Gegner im Weg zu stehen! Das sage ich auch nicht schlecht! Da kannst du dich auch gegen wehren, wie du willst! Das wird trotzdem gemacht! Nein! Sonst wird Kett davon erfahren! Und dann? Wo kann man eigentlich... Ist die ganze Glöse auf dich! Kann mal einer diesen Benni aus der Gruppe entfernen? Der bummst die alle um! Nee, der ist wieder! Ich bumm gerne! So, du darfst jetzt erstmal wieder normal reden! Ja, danke! Aber die Mickey-Maus-Stimme kommt bei der zweiten Übung nachher nochmal! Was?! Nein! Ach, Hansi! Hansi, lass das für Mario Kart! Jaja, mach ich ja! Also, nicht bei Mario Kart, sondern wenn... Wenn halt alle da sind! Das ist unfair! Dann gibt's nochmal ne... Dann gibt's nochmal ne... Dann gibt's nochmal ne schöne, leckere Sportübung, wo er mit Mickey-Maus-Stimme dann... Stöhnen darf! Ist hoffentlich dann noch die letzte Scheiß-Übung! Oh, mal gucken! Ja, das ist auch nicht von mehr als... Ach, neun! Entschuldigung, Kaschi! Ich hab dann schon genug gemacht! Ja, aber schon... Fahrrad mehr... Da krieg ich dich, da krieg ich dich! Da hab ich aber schon wirklich genug gemacht! Controller falsch rumgehalten! Liegestütze! Das gemacht! Das gemacht! Das gemacht! Ach, nee! Gieß doch mal nicht! Was? Controller falsch halten... Ja, das ist da... Gut, dass du da was sagst! Das hab ich schon gemacht! Das machen wir bei Mario Kart nachher auch nochmal! Das krieg... Ja, schön! Das... Du weißt, sollt ihr jetzt da um nen Cup geht, den ich gewinnen will? Aber jetzt... Die gewinnst du ja sowieso nicht! Ach, Hansi! Aber alle Sportarten, die da gemacht haben, waren falsch gesetzt! Ist mir scheißegal, ob die falsch waren! Du hast dir nix zu tun damit! Benni, alle auf... Falsche Sportaufgaben, die du gemacht hast! Wird geändert! Mir tut alles weh! Nee! Noch tut dir nicht alles weh, glaub mir! Doch! Nee! Meine Beine spüren schon fast gar deine... Hey! Wie geht's deinen... Wie geht's deinen Arm? Meinen Arm geht's gut! Na siehste! Boah, kann mal einer diesen Benni entfernen aus der Gruppe, ey? Masi! Kann jemand mal die Sarah entfernen? Echt, ne? Echt, der bunkst die Leute um wie ein Kamel! Masi! Kann ja ihm tut alles weh, ne? Kann ja nicht! Sonst könnte er ja nicht gehen! Stimmt! Boah! Die arme... Die arme... Leute, vertraut mir doch mal! Ich bin ehemaliger Trainer, ich weiß, was gut für den Jungen ist! Ich weiß... Ich weiß, was den noch anzutun! So tut weih... Du weißt, ich sehr richtig hasse Hansi, oder? Hansi, ich weiß, wie du trainierst! Wie mein Vater! Ich hab'n Schwiegervater, der genauso Trainer ist! Und der ist noch schlimmer geworden! Also quasi ein Hurensuchen! Ja! Als Trainer... Bist du bescheuert? Als Trainer ist der echt ein kleiner Arsch! Hat der Benni jetzt ernsthaft ein Eigentor geschossen? Ja! Ich weiß nicht, wie das ist! Ey! Ich wehre ja dafür, dass wir danach 2 gegen 2 machen, weil 4 gegen 4 ist echt ein bisschen Ich wehre ja dafür, dass wir danach 2 gegen 2 machen, weil 4 gegen 4 ist echt ein bisschen anstrengend! 1 gegen 2 Jahren oder 3 Jahren das erste Mal wieder... Im Vorgestand, das... So, Hauptmenü! ...leiten lassen! Hansi und ich sind in einem Team! Sarah war dabei! Wer? Hansi und ich! Ne, wenn er macht, zufällig bitte, ja? Ich kann sagen, wenn dann zufällig, sonst ist er unfair! So! Sarah war das erste Training dabei, wo er mich leiten lassen hat! So, kommt rein! Aquadom! So! Ich hab automatisch gemacht! Ich hoffe, Spielerauswahl! Beshi! Beshi! Ist glaub ich bei mir im Team! Ich bin mit Sarah im Team! Dann ist Beshi bei mir! Beshi, ich fahr! Sarah, ich fahr! Alles Gude, Hansi, mach! Hansi! Hol' ihn dir! So hast du wenigstens... Wenigstens... Ich hab' den Hintergrund bei mir an... Ja, ich sollte auch den Hintergrund bei mir an... Ja, ja, sehr richtig! Aber... Falls er mir gerade nicht böse ist, soll ich ihm nicht antworten! Ich hör' ihn einfach tatsächlich sehr glücklich! Nein, nein! Er sagt, so hast du wenigstens einer mit dir spielen kann! Ja, richtig! Auch mit Beshi hätt' ich auch... Mit Beshi hätt' ich prinzipiell auch Bock drauf gehabt! Mit mir nett, oder wat? Nee! Bei mir ist der Arsch! Hallo! Wir haben letztens... Wir haben auch schon eine Sieg-Serie, Hansi! Wenn ich dich dran erinnern kann! Der Pierre fragt, wie lange ist das her? Oh, ist tatsächlich noch gar nicht so lange! Ja... Jawoll! Wer hat mich zerstört? Wer wohl! Ist jetzt halt sehr... Ist halt jetzt sehr unfair! Beshi muss halt alleine gegen zwei spielen! Oder eigentlich sogar gegen drei! Ich hab' Sarah zerstört! Packst du meine Frau noch mal nix stärker? Beshi, bist du noch da? Nö! Ja, Beshi... Beshi hat Disconnect! Ja, ich bin da! Warte! Was? Toooo! Hansi und Sarah! Ich bin schade! Ich hab' gerne nochmal Fahrrad-Mäben reingefahren! Ja! Das läuft doch hier! Ja, Beshi, es tut mir leid! Du musst jetzt hier halt drei gegen einen spielen, ne? Ey, was? Ich hab' ja schon gesagt! Ich hab' ja schon gefühlt in zwei gegen null! Weil ich bin genauso scheiße! Bis gut, bis gut! Ich weiß, wie das ist, mit Benni in einem Team zu sein! Oh, Beshi! Warum wär's da bald vorbei? Nein! Wer ist in mich reingefahren? Beshi! Nein, Benni! Soll ich ihn bannen? Was ist das bitte? Hallo? Entschuldigung? Bann mal den Streamer an sie! Bann immer! Nee, ich mein' Beshi! Ich bann' Beshi einfach weg! Ich war's aber nicht! Oh, danke! Ich hab' gar zerstört! Ja, sagen wir's! Ich kann nichts dafür! Eben! Der Einzige, der seine Frau anbombenen darf, bin ich! Was? Hab' ich keine Rechte! Vorher musst du an mir ran, sagt er! Ja, bin ich dabei! Dargegen hab' ich nicht! Na ja, gut! Ich sag' mal so! Besser widerlich, als wider nicht, ne? Guck mal einer diesen Benni hier rauskicken, Alter! Alter, was mach' ich für'n Blödsinn, Alter! Sag' mal, wie ich dir immer gerne sage, ist, ähm, ne? Ist dein Loch, ist dein Weg! Richtig! Haha, und die hab' ich mich verarscht! Interessiert mich nicht, wir gewinnen trotzdem! Scheiße! Scheiße, Übermann! Jawoll! Schade! Weg mit'n Benni! Oh, verdammt! Sehr schön, Sarah! Oh, verdammt! Ich hab' keinen Boost! Scheiße! Oh, Benni! Ruf weg hier! Ich bin da! Ja, ich hatte den Ball nicht! Das sind immer so die letzten Worte, die man hören möchte! Ich bin da! Vor allem glaube Benni nicht jedes Wort, wenn er sagt, er ist da, bitte! Ja, ne, das... Das ist meistens... Leo! Leo, du bist längst daran vorbeigesprungen! Leo! Leo, Leo, Leo! Leo! Nein! Mann! Leo! Was verdammt denn mit, Sarah? Ich hab' keinen Boost! Oh! Oh! Dieser Ben... Ich hab' Benni zerstört! Nein! Und bin am Ball vorbeigesprungen! Geil, Bessi! War das für Glück, Junge! Mein Gott! Ich hab' ne Ecke fest, ey! Scheiße! Ich hab' ne Ecke fest, ey! Ich hab' ne Ecke fest! Ich hab' ne Ecke fest! Ich hab' ne Ecke fest! Ich hab' nicht gebannt! Ich hab' dich nicht gebannt! Ich hab' dich nur getimeoutet! Ja, war das? Achso, ja, stimmt! Er war ja was! Der Mann kommt noch, wenn er noch ein Tor schießt! Ich hab doch schon zweiter geschossen. Oder eins. Ja und wenn du jetzt noch eins machst, kommt der Sperma-Bahn. Ja gut, also Benni, viel Spaß von zwei gegen eins. Ey, diese Ecke dich immer mitnehmen, ne? Komm, Bessi! Der Versuch war da. Den kann ich mir nicht nehmen. Shit. Schnell genug. Nein, der hast du, der hast du, der hast du. Oh, ich glaub es nicht. Uh, Benni kann ein Tor schießen. Ein blindes Uten trifft man, äh, findet man einen Korn, ich glaub's. Benni, hast du etwa eine Brille auf, dass du was siehst? Nö. So, Sarah, hol ihn dir. Oh, die sagt Benni, geht mir so richtig auf die Nerven, ne? Warum? Boost, 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 boost. Verdammt. Scheiße. Ich komm grad aber überhaupt nicht mehr mit der Steuer in Frage. Ich komm aber auch grad überhaupt nicht rein. Ich hab auch echt, wär klar, dass ich einfach so ein großes Auto gewählt hab. Dass hab ich die meisten bei denen nicht mehr ansatzweise getroffen. Hey, Hans, 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 Peter, was soll'n das. Jawohl, da ist der Sieg. ja da haben wir still weg jawoll jawoll guck mal ihr habt gewonnen und Benni hat nichts dazu beigetragen ist doch sehr gut doch du hast entscheidend ein Tor gemacht zum 3-2 du hast kein Tor gemacht doch stimmt hast du ja gut deinisch gesagt ich hab das 3-2 gemacht da hast du doch gesagt ein Wickel-Team findet auch mal ein Korn so automatisch komm ich und Hansen Ladevorgang macht das ich hab richtig Bock mit Sarah ein Team zu machen auf geht's ich bin wieder mit Sarah an einem Team das Team wegzumachen du hast Teamwechsel machen warum weil wir selben Teams daneben sind ja und wie Sarah es auch alleine macht jetzt bin ich doch bei Team Blau naja mit Hansen ist doch scheißegal aber mit mir das heißt wir haben jetzt Bersi und Sarah gegen uns beide ja das passt doch warte 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 ich geh zu Bersi rüber du bist aber Bersi du bist aber Bersi wir sind schon wir sind schon wir sind schon boah dieser Benni ne warum Bam lass 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 ok Aua au 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 sorry aua 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 ich weiss doch was gesagt verblass Hansi wir waren richtig wir waren richtig Fraukf ich hab doch schon was geplant gehabt ich hab ja du plant dass wir uns beide kings eins ausspielen hehehe so Benni hier hast'n Ach schade, aber ich hab ihn getroffen, Hansi, immerhin. Ja, ich bin fast stolz auf dich. Aber nur fast. Danach haben wir noch eine Runde Bashy und ich gegen Benni und Sarah. Damit Sarah noch was zu eskalieren hat. Jawoll, Hansi, so läuft's doch. Und dann ist er auch schon fast 20 Uhr, dann darf Benni noch mal ein bisschen Sport treiben hier. Du fährst. Aua. Mein Auto überschlägt sich fünfmal, aber ja. Komm, Hansi, den hast du. Oh, shit. Oh, schade. Ja, sauber. Ein Tor können wir den geben, Hansi. Ein Tor können wir den geben. Ja, Bashy kriegt nachher einen Bann. Okay. Kann ich mitlegen? Das ist ja okay, Alter. Okay. Alter, ich nehm den Bürger zurück. Sollte, du bist für mich kein Bürger mehr. Nein. Wie sind Bennys, ne? Was denn? Das hab ich gut gemacht. Guck mal, Hansi. Okay, komm, komm, halt den Ball. Ich gebitzt. Benni, du fährst. Okay. Benni fährt gegen Benni. Jawoll. Sehr gut, der kommt gut, Hansi, der kommt richtig gut. Der kommt? Ah, schade. Hab ich gesehen, dass er drüber ist. Hab ich. Komm, sie sehen. Oh, shit, oh, shit. Hast du? Ja. Ja. Jo. Oh, scheiße. Aber egal, Sarah kann nix am Ball. Sag ich ja. Haha. Oh, sorry, Hansi! Okay, Sarah ist die nächste, die in Sperma-Bank kriegst. So lange nicht. Ich hab grad gefühlt, dass wir beide gleich gewöhnt werden. Ach, schade. Da kriegt sie den Ball. Oh! Oh! Da wurde der Ball geklaut, Alter. Nee, da hat sie den Ball noch abgefälscht. Ja, sag. Da stand sie perfekt. Ja. Du fährst. Ja. Ja. Ich hoffe dann. Guck mal, easy. Easy going. Take easy. Wir sind die besten Partei Liga 1. Wir sind die besten Torhüter. Wir sind dafür geboren worden, ja. Du fährst. Lass einfach unser Spiel. Hier. Hier. Dann hab ich. Schönes Ding. Komm. Hi. Ja, ich wollte grad sagen. Guck, 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 guck. Der kommt aber so aus. Fiktischer Partei. Perfekt. Und der Handy regt sich dann einmal über mich auf. Ich dachte, wir müssten E-Spot machen. Wirklich, wir schaffen das. Wisst ihr, wie man das nennt, was hier gerade passiert? Legale Vergewaltigung. Fände ich auch so akzeptiert. Alles gut. Meinst du? Das ist mein Ball. Mein Auto dreht sich nicht. Haha, Farah. Also bitte, wir haben sich auch ein Spiel dafür. Falsche Richtung Benni. Nee, ich wollte gehen die Bande spielen. Falsche Richtung Benni. Na, verdammt. Der macht ja auch noch verwirrt, wenn dann Benni gesagt wird. Ah, fuck. Mach ihn. Mach ihn oder macht ihn! Weil ihr müsst so unbedingt lernen zu pflegen, ey. Dieser Hansi, den mag ich ja am allerliebsten. Ja, der Hansi ist... Gegen dem Hansi spiel ich gerne und verliere ich auch gerne. Gegen so ein Benni nicht. Kann ich verstehen. Hansi ist auch so ein ganz sympathischer. Ja, muss ich auch sagen. Der Hansi ist mir immer sympathischer, du. Der Benni in so einem blauen Flitzer. Der geht mir ziemlich nämlich auf die Nerven. Ja, aber den darfst du. Nee, hast du dich? Nein, zu kurz. Zu klein. Alles. Ja, du bist zu klein. Ich hab schon kapiert. Hast du heute Benni auch halt da? Ich bin ja wurschtwörtlich nicht groß. Au. Ihr seid alle irgendwie nicht sonderlich groß. Nee. Ich glaube, dass es etwas ganz anderes groß ist. Guck mal, wie schön ich dich gemacht habe. Wohoo! Mein Gehirn ist riesig. Hast du gehört? Da kann Benni auch nicht mitreden, soll ich sagen. Das stimmt. Das stimmt. Jawohl, Hansi, der ist drin. Er ist aber auch der geilste. Man, also ganz ehrlich. Trotzdem, Sarah und ich haben jemals ein Tor geschossen. Ich bin komplett zufrieden. Hansi ist eh Broncos. Bist du fa... Also, Jungs, das ist falsch mit dir. Bei dem Hansi ist es nicht falsch. Den was? Den was? Ach. Doch, nee. Das kostet gar nicht. Aber seitdem ich Broncos gesehen habe, das kostet gar nicht mehr. Kann der was? Ich glaube, da möchte wirklich jemanden Permabahn haben. Das ist so. Das ist bestimmt irgendwie so ein Pizzo der Patriots Vogel. Äh, Seahawks läuft, Freundchen. Ach Gott, das war noch schlimmer. Immer schönes Seahawks, der Junge. Immer schön nach dir. Da krieg ich ja einen Würgereiz allererster Güte. Der ist mir grad hinten reingefahren. Ich. Der Hansi. Warum? Weil du mir zu lange gebraucht hast. So, Hansi. Hui. Besser vorlegen kann ich ihn dir nicht. Du hast mir gar nicht vorgelegt. Den Ausdruck sagen, den Ausdruck, den Ausdruck. Hey. Aber 8-3 ist trotzdem eine Vergewaltigung. Legale Vergewaltigung. Ja und, der Hansi darf mich, darf das auch. Du nicht. Du wolltest grad sagen, der Hansi darf mich vergewaltigen. Das wolltest du grad sagen. Ganz ehrlich? Ich kann so zustimmen. Oh nein. Ja, war nur lieber er als Benni, ja? Lass, 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 Hansi. Lass ihn dir nicht. Lass ihn dir nicht. Lass ihn dir nicht. Also der Hansi, der darf mich vergewalten. Was für ein Tor, Alter? Da hab ich gar keine Chance. Da hab ich gar keine Chance. Den hab ich, Junge. Der hab ich wirklich. Oh ja, Alter. ich habe kein spiel ja wir haben alles gut da geht sogar noch ein jawohl hansi das war doch mal was ich vertraue mein walker dann machen wir jetzt noch dann machen wir jetzt noch der ski und ich gegen klein muck und sara sara und ich in ein team das kann jetzt was werden hilfe hilfe die sind schon alle im mario kart müssen sowieso warten muss gleich sowieso noch ein sport machen mein freund dann hat die fährt fahr ich wenn bäschi fährt fährst du einfach logik bäschi kann nämlich nicht sagt er ist nur mein erst nur in meinem team und meine mein erfolg ist einfach ansteckend das ist wahr du bist einfach ein guter trainer das hat benny gleich auch noch mal spüren dann hat er benny gehalten das ist gar nicht so hand sich gerade über mich geflogen kommt jetzt wünscht es schadet benny könnte rückwärts fahren das ist nett von dir die vorlage nehme ich gerne ich fahr ich fahr ich fahr ich hab dein bein nicht was ist los wenn wir jungen so macht man das so macht man das früher hab ich dir nicht gefickt sara du fährst gegründet weil ich nur um fußball tor kommt alpha war es das war ich nicht das war benny gar nicht wahr ist für weiße so sara jetzt da kann der andere bin habe ich den habe ich scheiße schade jetzt werde ich von hinten schon wieder gebumst das war ich nicht das war ich öfter so entschuldigung ist angewundet das war aber die du hast den ball geklaut ich hole den sara oder holst du ihn ich bin die leo schreiner ich lasse alles in Ruhe was galileo scheiße nur leo der hast du der ist deiner gottes willen was mach ich denn hier heute nix das ist gut so wer war der frosch doch verdammt da kam auf einmal ganz viele autos auf mich zu weg da wie krieg ich solche bälle nicht denn was ist los mit mir so komm hier hast du wo bist du jawoll haben die dich noch weggeklatscht benny schöne vorlage ich bin gleich da ich bin gleich bei euch mit sind auch in rocket league drin ja ja weiter benny du musst fahren ich war gerade im anderen call weil die schon alle live sind ich hab gesagt dass ich vielleicht da bin deswegen wollte ich was fragen aber weiterspielen aber stimmt ich hab gesagt wir sind auch in rocket league drin ich hab gesagt wir sind auch in rocket league drin ja nimm ja beide ich hab was sagen das hat die PC jetzt nicht gemacht dann wäre ich direkt offline gegangen nein du fährst das hat mir eh nix mehr zu verlieren sara wer kriegt der hanty den ball nicht wie bitter ist das denn das war echt hanty war ja auch gar nicht in der nähe nein ok wie habe ich trotzdem das tor bekommen das ist die frage hauptsache wieder die große fresse haben ne ey ich hab die können zu verkaufen will den einer haben ne dafür muss er noch drauf zahlen ja ich glaub auch ey da kam so ein hansi geflogen ein tiefflieger hier bäschi da hast ihn oh Gott da kam zufällig schon benny ran du musst mich nicht unbedingt gott nennen aber wenn du das möchtest das ist ok das war ich gern das ist kein Ding mein Billionärserbe jetzt schulose Türne scheiße das Ding mit dem Spiel da auf den Sack ja du gehst mir auch auf den Sack gerade wenn du gerade bei mir im Team willst ich bin doch nicht in deinem Team ja deswegen gehst du mir auch gerade tierisch auf den Pils wo ich besser bin als du hier die perfekte Vorlage ich hab angetauscht ich hab alle gehört ich geh ihm auf den Pils ne ja ich glaub die Sportübung gerade ist noch ein bisschen interessanter geworden nein den mach ich den mach ich nein verdammte Scheiße oh oh du eine kacke Benny fackern ich bin doch nicht mein Schirr nein der kennt doch noch Schirr der kennt doch nur Schirr da kam unbeschi von BESCHE von hinten ey ich will ich will Das bräuchte ich. Pank ohne ich pank. Benni, hol ihn dir! Alter, lass doch den Fuß! Handi, aber denk dran, dass ich noch umstöpseln muss wegen der Capture Card. Das kannst du ja machen, danach machen wir deine Sportübung. Wir gehen aber trotzdem schon zu den anderen in den Call. Weil die sind live. Ich kenn ihn nicht. Die sind schon live bei mir. Die sind alle live auf Twitch, das kann ich nicht machen. Was kannst du nicht machen? Die sind extra wegen mir da, die kann ich nicht warten lassen eigentlich so lang. Hä? Die wollen nur Horax gesehen haben. Ja, die sind aber gerade alle selber live. Das kann ich nicht machen, wenn ich bei denen im Stream zu hören bin. GG. Da drückt meine Mutter aus oder ran? Dann müssen wir es jetzt machen. Ich muss jetzt erstmal Essen bestellen. Bäm, 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 bäm. Und dann spielen wir alle die Mario Kart spielen rüber zu Mario Kart in den Call, ja? Dann bin ich raus und schau ich nur beim Stream zu. Ich spiele ja nicht mit nem Switch-Controller am Rechner. Aber komm drauf an, ich stecke ihn manchmal am PC an zum Aufladen. In dem Moment könnte man das doch verbinden. Aber es geht glaub ich trotzdem nicht. Ja, aber du kannst ja da nicht spielen. Ich sag ja, das ist das Problem. Benni. Ich bin gleich da, ich muss jetzt erstmal Essen bestellen, meine Mutter hat Hunger. Alles klar, ich soll sie was bestellen. Bis gleich. Schön, bis gleich. Ich muss jetzt erstmal Essen bestellen. Aber ich habe auch tatsächlich gerade gegessen. Konsequenz von der Sache ist, ich muss heute noch Sport machen. Erst habe ich verschlafen, dann habe ich gegessen. Keine gute Kombi. Benni darf auch gleich noch Sport machen. Was muss er machen? Frag Hansi. Hansi? Hansi? Oh ne, Hansi kann ich nicht aussprechen, da muss ich immer an Hansi hinter sich denken, das geht nicht. Ich weiß auch nicht warum, meine Oma hat mir dann Knacks weg verpasst.